Es ist dieses vertraute Gefühl, wenn man auf einen Fremden trifft. Diese flüchtige Empfindung, wenn man einen Raum betritt. Dieser einzigartige Moment, etwas schon einmal erlebt zu haben. Es ist ein Déjà-vu. Kennen wir uns? Ja. Ja, wir kennen uns. Wenn du denkst, es spielt sich alles nur in deinem Kopf ab. Sei bereit für die Wahrheit. Was, wenn sie jemandem die wichtigste Sache der Welt erklären müssten, aber er glaubt ihnen nicht? Ich würde es versuchen. Das Gefühl gibt dir Hinweise. Die Erinnerung warnt dich. Ich glaube, ihr werdet gleich Zeugen eines Mordes sein. Déjà-vu führt auf eine Reise. In zwölf Stunden wird er sie töten? Die du niemals für möglich gehalten hättest. Er tötete sie vor vier Tagen. Du kannst sie retten. Das ist eine Theorie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017